Was uns speziell macht, ist das Team. Man hat in allen verschiedenen Abteilungen die Leute, man versteht, es ist eher freindschaftlich und wir sind nicht so gross wie andere Emil-Frage-Aragen, was ich auch einen Vorteil finde, sondern wir sind eher kleiner und familiär abgestimmt. Das Spezielle an dem Emil-Frage-Frauenfeld ist, wir sind ein Kleinbetrieb innerhalb der Emil-Frage-Gruppe. Wir haben hier die Vorzüge eines Kleinbetriebs, das heisst, wir sind sehr familiär, haben aber auch teilweise Vorteile der Grossbetriebe oder unsere Mitarbeitenden, haben diese Vorteile in der Weiterentwicklung, sie haben immer Möglichkeiten zum Aufsteigen, also es ist gut möglich, dass mal ein Mechanikerlehrling auch Geschäftsführer wird. Ja, privat brauche ich sicher etwas. Ich schraube einen Töfteschraub, oder viele Kollegen fragen mich, wenn sie etwas mit dem Auto haben, dann kann ich ihnen weiterhelfen. Und auch sonst, das Handwerkliche kann man auch zu Hause, das Flickern muss sehr gut brauchen. Emil-Frage ist ein sehr sozialer Arbeitgeber, es ist ein grosser und doch sehr sozialer und ist auch für die Mitarbeiter da und bietet gute Sozialleistungen und alles. Und das ist sehr viel wert und wir haben ein gutes Team. Und bei Emil-Frage gibt es sehr viele Leute, die 30, 40 Jahre dort gearbeitet haben. Das spricht immer für eine Firma, die Zeit an, dass sie gute Philosophie haben. verlinkt Anthem